Dortmund-Schalke 4-4, 4-0, Leipzig-Bremen, 2-0, 1-0, Freiburg, Mainz, 2-1, 0-0, Frankfurt, Leverkusen, 0-1, 0-0, Augsburg, Wolfsburg, 2-1, 0-1, Spätes Spiel, Gladbach-Bayern-Anstoß, 18.30 Uhr, Metz, Dortmund-Schalke, nach dem Ende der Partie noch zweimal gelb für Fährmann und Schahin, die handgreiflich aneinandergeraten und kaum noch auseinanderzubringen sind. Dortmund-Schalke, 90,7 Minuten Abpfiff in Dortmund, ein kurioses Revier-Derby ist zu Ende. Der BVB hat das Spiel zur Pause eigentlich im Sack, führt mit 40. Doch die Schalker kehren zurück und schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Dortmund-Schalke, 90,4 Minuten Tor für Schalke, das gibt es doch gar nicht nach einer Ecke von Konopianka erzielt in ALDO per Kopf aus 6 Metern den Ausgleich zum 44. Nach einem 0-4-Pausen-Rückstand, der helle Wahnsinn Freiburg-Mainz, 90,2 Minuten Tor geht da doch noch etwas für die Mainzer. Nach einem langen Pass aus der eigenen Hälfte erzielt BERGGREN mit einem Flachschuss aus 12 Metern den Anschlusstreffer. Dortmund-Schalke, 90. Minute, 7 Minuten Nachspielzeit Freiburg-Mainz, 90,1 Minuten Tor für Freiburg. Rath trifft mit einem Linksschuss zum 20. Dortmund-Schalke, 86. Minute, das dritte Tor für Schalke-Kaligjure tanzt die BVB-Abwehr aus und hämmert den Ball links in den Winkel. Nur noch 43 für den BVB, Dortmund wackelt, Leipzig-Bremen, 87. Minute Tor für Leipzig. Bernardo trifft aus 18 Metern ins linke Ecke. 20 für RB, das ist die Entscheidung. Augsburg-Wolfsburg, 78. Minute Tor für Augsburg. Nach einem Zuspiel von Max drückt FINN BOG ASON den Ball aus kurzer Entfernung zum 21 für den FCR über die Linie, Frankfurt-Leverkusen, 76. Minute Tor für Leverkusen. Nach einem Konter von Bayer 04 legt Mehmedic quer auf Volland, der aus 11 Metern durch die Beine von Vallette das 10 für die Gäste erzielt. Freiburg-Mainz, 74. Minute, beinahe der Ausgleich für Mainz. Gebamin sieht, dass Freiburgs Keeper Schwolo weit vor dem Tor steht und versucht es mit einem Heber aus 60 Metern. Der Ball trifft die Latte. Der 22-Jährige zieht deshalb aus der eigenen Hälfte ab und trifft die Latte. Der aufgerückte Kudro braucht eigentlich nur noch einzunicken, köpft aber genau auf Schwolo. Weiter 10 für Freiburg. Dortmund-Schalke, 73. Minute BVB-Torwart. Weidenfeller kommt nach einem Kopfball von Burgstaller noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt das Leder an den Pfosten. Dortmund-Schalke, 72. Minute GELBROT für AUBAMEYANG nach einem bösen Foul an Harit. Dortmund muss die letzten rund 20 Minuten zu 10 spielen. Augsburg-Wolfsburg, 67. Minute nach einem Freistoß prüft Hinteräger-Kastels mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Der Wolfsburger Torwart besteht die Prüfung. Dortmund-Schalke, 64. Minute Gitter noch etwas für die Schalke-HAR-ID erzielt den zweiten Treffer für die Königsblauen aus 6 Metern. Die BVB-Abwehr sah dabei schlecht aus. Nur noch 42 für Dortmund. Dortmund-Schalke, 61. Minute das erste Tor für Schalke. Nach einem langen Ball von Stembuli befördert Burgstaller das Leder per Kopf aus 12 Metern ins Tor. Nur noch 41 für den BVB. Augsburg-Wolfsburg, 61. Minute erst 11 Meter, dann doch nicht. Wolfsburgs Torwart Kastels klärt gegen Kaobi, holt den Augsburger dabei aber von den Beinen. Schiri-Steeler zeigt auf den Punkt, nimmt seine Entscheidung jedoch anschließend nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurück. Weiter 11 Dortmund-Schalke, 57. Minute die nächste gute Chance für die Schalker. Weidenfeller pariert einen Schuss von Caliguri glänzend. Weiter 40. Dortmund-Schalke, 56. Minute fasst das 50 für den BVB Aubameyang-Luchs dem leichtsinnigen Schalke-Torwart. Fährmann den Ball ab, umkurvt ihn und will aus spitzen Winkel einschießen. Fährmann klärt gerade noch so zur Ecke. Dortmund-Schalke, 54. Minute nach einem Kopfball von Naldo liegt der Ball im Tor. Schiri Eitekin zeigt zunächst auf den Mittelpunkt, nimmt seine Fehlentscheidung dann aber nach Rücksprache mit seinem Videoassistenten zurück. Naldo stand im Absatz Augsburg-Wolfsburg, 51. Minute Tor für Augsburg. Finnburgerson legt im Strafraum der Wölfe für GREGORiTSCH auf. Der Österreicher dreht sich um einen Gegenspieler und erzielt aus sieben Metern den Ausgleich zum Elf. Freiburg-Mainz, 51. Minute Tor für den Tabellenvorletzten Freiburg-Latzer will den Ball zurück zur Torwart-Zentner spielen, übersieht dabei aber Petersen. Der bedankt sich, spritzt dazwischen und schiebt zum 10 ein. Frankfurt-Leverkusen, 49. Minute Rebic sieht aus 12 Metern ab, Bayer-Torwart Leno pariert den Schuss. Weiter 0-0, die zweite Halbzeit in den fünf Bundesliga-Stadien hat begonnen. Augsburg-Wolfsburg, 45,3 Minuten, 10 Wolfsburger führen zur Halbzeit gegen elf Augsburger. Die rote Karte gegen Arnold war mehr als hart. Quasi als Trost gab es für die Wölfe den Führungstreffer durch De Davi nach einem Riesenfehler von FCA-Torwart-Hits ein und 40. Freiburg-Mainz, 45. Minute Tore-Fehlanzeige zur Pause in Freiburg. Das passt zum Spiel. Dortmund-Schalke, 45,2 Minuten, das Revier-Derby geht in die Pause. 40, was für eine erste Halbzeit des BVB Dortmund schießt sich aus der Krise. Aubameyang, 12. Der Schalker Stembuli, 18. Eigentor, Götze, 20. und Guerreiro, 25. sind die Torschützen. Frankfurt-Leverkusen, 45,1 Minuten, auch Pause in Frankfurt. Zwei Pfostentreffer des Leverkuseners Allario innerhalb von drei Minuten waren die einzigen echten Aufreger in Halbzeit 1. Leipzig-Bremen, 45. Minute Halbzeit in Leipzig. RB führt durch den Treffer von Keiter 34. mit 10. Augsburg-Wolfsburg, 43. Minute Beinahe der Ausgleich für die Augsburger Kejubi kommt 6 Meter vor dem Tor frei zum Schuss, verzieht aber knapp links. Wolfsburgs Torwart Kastil schimpft mit seinen Vorderleuten Augsburg-Wolfsburg, 41. Minute Tor für 10 Wolfsburger gegen 11 Augsburger, wobei ein FCA-Spieler kräftig mithilft. Den Schuss von Dedawi aus 20 Metern muss Torwart Hitz eigentlich halten. Stattdessen lässt er ihn durchrutschen. Ein halbes Eigentor, 0-1 Freiburg-Mains, 40. Minute der erste Torschuss der Mainzer an diesem Nachmittag war ein Schisschen von Gebamin. Keine Mühe für Schwolo im Freiburger Tor, Leipzig-Bremen, 34. Minute Tor für Leipzig. Nach einem Fehler von Werder-Mittelfeldspieler Delaney kommt Keiter in Strafraumnähe an den Ball, fackelt nicht lange und schießt ihn aus 17 Metern flach ins linke Eck. 10 für RB Keiter 2. VL erzielt aus 17 Metern den Führungstreffer der Leipziger Frankfurt-Leverkusen, 32. Minute wieder trifft Alarion nur den Pfosten. Diesmal mit dem Fuß aus 8 Metern, nachdem Inko schön freigespielt hatte. Frankfurt-Leverkusen, 29. Minute beinahe der Führungstreffer für Bayer 0-4. Nach einem Freistoß von Brandt landet Alarius Kopfball am linken Innenpfosten. Freiburg-Mains, 26. Minute beste Chance bisher für die Freiburger. Schuster zirkelt einen Freistoß aus 23 Metern knapp neben den linken Pfosten. Weiter 0-0, Dortmund-Schalke, 25. Minute wieder Tor für Dortmund. Die Schalker Abwehr bekommt den Ball nicht weg. GUEIRO hämmert den Ballvolley aus 7 Metern in die Maschen. 40. Der Wahnsinn Dortmund-Schalke, 20. Minute das dritte Tor für den BVB. Aubameyang flankt von rechts, der Schalker Caliguri kommt nicht dran und Götze nickt aus 6 Metern zum 30 für Dortmund ein. Unglaublich Dortmund-Schalke, 19. Minute das zweite Tor für Dortmund. Schahin zirkelt einen Freistoß von rechts nach innen. Der Schalker STAMBULI spitzelt den Ball ins eigene Tor. 20 Leipzig-Bremen, 18. Minute gute Chance für die Leipziger. Demme schießt aus 5 Metern aus Spitzenwinkel. Werder-Torwart Pavlenka klärt zur Ecke. Sie bringt nichts ein. Diese bringt nichts ein, bringt Dortmund-Schalke, 14. Minute fast das 20 für die Dortmunder. Aubameyang zieht aus 11 Metern ab, knapp drüber. Dortmund-Schalke, 12. Minute Tor für den BVB. Pulisic flankt von rechts, Schahin verlängert zu AUBAMEYANG, der den Ball aus kurzer Entfernung über die Linie drückt, wie sich in der Zeitlupe zeigt, mit dem Arm. Der Videoassistent sagt, trotzdem zinnt der Ball ist hinter der Linie. 10 für den BVB. Die Schalker reklamieren vergebens Handspiel Augsburg-Wolfsburg. 10. Minute rot für den Wolfsburger Arnold nach Videobeweis, wegen eines Fouls als letzter Mann. Arnold hatte Finn Buggason kaum berührt. Ein sehr, sehr harter Platzverweis. Erst hatte Schiri Stieler gelb gezeigt. Das wäre sicher die richtigere Entscheidung gewesen. Wolfsburg ab sofort also nur noch zu zehnt. Freiburg-Mainz, 8. Minute noch wirken die Freiburger ziemlich nervös, nicht unüblich für ein Team, das in den Tabellenkeller gerutscht ist. Dortmund-Schalke, 4. Minute selbstverständlich ist das Dortmunder Stadion ausverkauft. In den ersten Minuten sehen die Zuschauer eine Schalker Mannschaft, die den BVB früh stört. Alle fünf Bundesliga-Partien laufen. Freiburg-Mainz, der Tabellenvorletzte. Freiburg steht mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend Punkte. So beginnt der SCG Schwolokoch, Schuster, Kämpfstenzel, Haberer, Höfler, Günter Kapustka, Terrazino-Petersen. Mainz spielt so Zentner-Brosinski, Bell, Alexander Hackhol, Mangebamin, Östunali, Latza, Maxim, Fischer, Kodro. Augsburg-Wolfsburg, die Wölfe beginnen so. Kastelsferheck, Knoche, Brooks, Tisserand, Kieler, Vougui, Arnold, De Davi, Mali, Gomez, Origi. Augsburg-Wolfsburg mit einem Sieg gegen die Wölfe könnte der FCA einen direkten Konkurrenten aus dem Mittelfeld der Liga auf Distanz halten. Augsburgs Trainer Baum schickt diese Elf auf den Rasen. Hitz-Opare, Kuwele Ufdanso, Max Bayer, Kedira, Tommi, Gregoritsch, Kejubi, Finnbogason, Frankfurt-Leverkusen bleibt Leverkusen im achten Spiel hintereinander. Ungeschlagen Trainer Herrlich bietet diese Elfspieler auf Leno, Lars Bender, Taha, Rezos, Aranguis, Kormi, Medi, Alarrio, Havertz, Brandt, Volland. Frankfurt-Leverkusen-Tore garantiert sind beinahe beim Spiel zwischen der Eintracht und Bayer 04. Noch nie trennten sich diese beiden Teams in der Bundesliga mit 0-0, die Startelf der Frankfurter Hörer der Kisalcedo, Abraham, Falette, Wolf, Kevin, Prinz, Boateng, Wilhelm, Skacinovic, Stenderer, Haller, Ribic. Leipzig-Bremen-Vorwochenfrist hat Werder mit dem 40 gegen Hannover den so heiß ersehnten ersten Saisonsieg eingespielt. In Leipzig läuft Bremen mit dieser Startelf auf Pavlenka, Moisander, Velaikovic, Sengebressi, Lassi, Augustin, Snegestein, Delaney, Agfrede, Bartels, Kruse. Leipzig-Bremen der Tabellendritte empfängt den Drittletzen. Das ist die erste Elf der Leipziger, Golexi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Keiter, Demme, Kampel, Forsberg, Paulsen, Werner. Dortmund Schalke Schalke ist Tabellenzweiter und damit aktuell die Nummer 1 im Pott. Trainer Tedesco muss auf den verletzten Goretzka verzichten. So beginnen die königsblauen Fährmann Stembuli, Naldo, Kera, Caligiuri, Meier, Otschipka, Mäkeni, Konopiljanka, Dai, Santo, Burgstaller. Dortmund Schalke für Weltmeister Roman Weidenfeller ist es das 24. Derby Der 37 Jahre alte BVB-Torwart schließt damit zu Derby-Rekordhalter Klaus Fichtel vom FC Schalke 04 auf. Dortmund Schalke Trainer Bosch setzt in der zuletzt so wackeligen Innenverteidigung auf Routinier Sokrates und Tobrak. Das ist die Startelf des BVB Weidenfeller Guerreiro, Sokrates, Tobrak, Schmelzerweigel, Schahinja, Molenko, Götze, Pulisic, Aubameyang. Dortmund Schalke das 91. Revierderby könnte das letzte Spiel von Peter B. OSZ als BVB-Trainer werden. Verlieren die Dortmunder dürfte der Niederländer seinen Job wohl los sein. 1515 Uhr herzlich willkommen zum DW Live-Ticker.